Gesundheit und Wohlbefinden, dafür sorgen die Beratung Ihrer Apotheke und die Apotheken-Umschau. Sie sind in der neuen Erkrankung Ihrer Apotheke und die Einde an der Unterlage. Wie bitte? Nein, ich habe mich noch erstens, ich habe euch auch noch gekämpft und mich auch noch einigermaßen. Entschuldigung, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Nein, 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 nein. Vielleicht ein Moment, Moment. Ich hoffe, ich will nicht mehr gehen. Nein. Wo bin ich denn hier? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das ist mein Herz. Du, ich habe es hier am Abend. Du schaust dir an, die kleinen Diagnose, die erregt mit du. Nein. Nein. Du schaust. Nein. Ich meine, dass ich mich für mich dann schaust. Wo war ich auch nichts? Ich habe das nicht mehr, sondern ich habe das parcelt. Oh mein Gott. Ich habe das nicht mehr, sondern ich habe das gepost. Was ist denn das für mich? Ja, ja, ja. Mo... Mo... Female! Mo... Yo! Okay, come over and get that eating up! Fee-mo! Who's going to make it? No! Who needs it? No, it can't mean that. Who knows? Can't mean that. Who knows? Who knows? Here we go.